so hallo leute herzlich willkommen zu meinem neuen video heute werden wir spielen was ich schon einmal aufgenommen habe und ja es ist mal wieder lange her dass ich überhaupt ein video aufgenommen habe aber das wird jetzt wieder so sein weil ich das jetzt so gesagt hat ja und so jedenfalls wer das spiel noch nicht kennt und das unbedingt jetzt haben will er kann sich das hier unterladen auf dieser fox könntest du besser hallo handy wie geht es sollte das vielleicht mal auf dieser game gold seite tun der link dazu wird in der beschreibung sein der rendert das da unten auch noch mal als spiel also dass man das hier online noch spielen kann deswegen gott legt das ganze ist ein bisschen das ding was glaube ich keiner kann weil sonst muss ich dieses vor video video nicht machen gibt dann sehr sehr klein gut nachgedacht und da klickt man hier auf diesem game gold link und dort kann sich das ganze download gut da werden uns durch im spiel wiedersehen und dann ja bis dahin so da sind wir jetzt auch schon wieder in game ich habe euch ja eben schon gezeigt wenn man das ganze game jetzt unterladen kann ich weiß nicht ob ich das im ersten video erwähnt aber jedenfalls steht ab der das version ist hier schon pre order also ich habe das jetzt erst von partei untergeladen als deutsch das auch noch die neueste und frischeste version sein endlich habe ich wieder ein programm gefunden wo wir sich endlich aufnehmen kann meinen beiden autos gibt das ganze ding nicht los gut das ganze werde ich dann auch irgendwie zusammen schneiden oder auch nicht und seit der neuesten version gibt es hier überall o gott koalas weil hey warum nicht warum keine koalas koalas toll 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 ich kann ich reden koalas klasse kleiner du ich habe vergessen wie das spiel funktioniert habe ich so ganz kleine gefühl so eva taschenlampe kuwa fix to borrow aber das ist mir jetzt auch egal take the australian flag was zum teufel so karte ja gut ja gut ich meine habe ich gesagt dass ich die ganze vokabeln kann ja gut das habe ich aber auch mobile phone gut habe ich gesagt dass das geld auch ja das ist aber ist mir wieder egal ich werde bisschen mehr mühren dieses video hier setzen das ist ein bisschen hatte ich mal vor dass zum beispiel 1080p zu machen das kann da kann ich mich freuen ja 1080p erstmal von hd warum nicht man nicht so lange kann man auch mal ein bisschen zeit im rendern verschwenden ich meine wochenende sowieso da also hey welches der owner schon da und ich habe mal auch gott tv wein wie mir die australien flex irgendwas besonderes was ich glaube ich hab meinen wie mein die anatomist da und jetzt habe ich mir das was du hast du liberiert wird rk es nicht mehr ist ja wein es ist ja gar nicht mehr 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 japan ja weil ist es Geh weg! So. Headphones. Goldbarren. Unsere Goldbarren. Oh, Geld. Geld. Oh ja. Hehe. 7379. Gleiche Baus. Und ich stell die Treppe runter. Okay, gut. Äh. So ein Bullshit. Goddammit, Koala. Wo ist denn die Vase? Kann mir das mal wer sagen? Das fände ich richtig Töfter. Das würde ich richtig, richtig Töfter finden. Naja, ich hab dir die Power gekappt. Good job by me. Nope. Ah. 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 bevor ich jetzt die nächste runde spiele werde ich kurz einen kleinen schnitt machen indem ich kurz was trägten werde weil sonst ich bin noch ein ganz klein wenig erkältet das ist schon die endphase also da geht schon wieder gut ich bin ja nicht konkreter oder so also dann nehme ich gleich wieder auf das ist schon gut so liebe kinder sind da sind wir auch schon wieder genau wenn ich jedenfalls wieder ich weiß nicht wo ihr in der zweite war okay wir brauchen dieses mal ein blender keine ahnung was das ist schon wieder ich mag den werbein jetzt in der letzten zeit nicht wir brauchen ziemlich viel kram wo ich nicht weiß wo es sein könnte ich könnte wissen ich müsste wissen der goldbarren ist klar cricket ball da kommt sowieso kein mensch drauf und so aber ich habe wirklich nicht gerade eine ahnung wo irgendwas ist also kann das irgendwie noch mal nein kann man nicht schade dass man das noch irgendwie noch mal resetten kann oder so noch mal schneiden wollte ich jetzt nicht ach Gott wow der leck ist real äh gut ich meine rarewine was ist ein blender so das werde ich jetzt live googeln ok danke google aua lex danke feuerfox ah und wieder mal sieg team google das denkt sich youtube auch jeden tag aber hey ah ja hier bist du also gut hätten das auch perfümmflasche ist wahrscheinlich oben warte mal cricket ball cricket ball cricket ball das ist der das cricket bett also ich brauche gar nicht der ball ich brauche den bett ja ja gut office key perfümmflasche und so ist meistens oben deswegen gehe ich da jetzt erst gucken was man hier denn gebrauchen könnte oh dingle dangle dangle mal du 5 9 6 7 5 9 6 7 ja was ist das denn ist voll der harte ja auf der tastatur äh geh weg man äh wartet mal da muss ich eben fixen äh sehr widerlich so da sind wir auch schon wieder beziehungsweise ich das war wirklich widerlich meine tastatur also meine oh cool meine leertaste hat geklebt und das war halt extrem widerlich 5 6 6 7 wow ich hab's wie doch gemerkt hardcore jumper jumper under order auf david weiter auf down wie Gut. naja gut wir haben fast alles so da würde ich sagen ja wir haben fast alles gehabt bis auf die jura wo ein dings organisativ ja wir haben halt fast alles gehabt würde ich sagen das war es mal wieder mit diesem kleiner fein video ich war eben noch ein bisschen konzentriert deswegen hat man mich nicht mehr so gesprächen gehört dieses video war mal wieder ein bisschen mehr schneidearbeit allein wegen der renderzeiten von 1080p und tatsächlich noch einzelne kleine videoclips zurechnen muss aber das werde ich das öfter mal jetzt machen also ich werde mir mehr mühe geben habe videos die auch um bessere qualität hochladen und ja mir vielleicht auch mal gedanken machen was ich darüber was ich spielen soll und ob ich mal nicht an der videoreihe zu etwas starten sollte ja mal gucken jedenfalls sind dann sowas mal wieder sehen da so ne gibt es kein stopper sondern einfach ein infovidee wo ich direkt meine entscheidung preisgegeben habe da werde ich das auch so durchziehen und damit mit einem wunderschönen langen ende werde ich verabschieden von dieser kleinen oder drei organisativ dann bis dahin und tschö tschö